11 Gold Geldbeutel hat aber größer ausgesehen was ja nein ich kümmere mich um die Krieger von Jorvasker solange ich zurückdrehe ja wo ist Farkas 5 von 20 Gold wie hieß denn nochmal die Quest Sege da Natur Stimme Einbruch Nee Diebstahl vermisste Licht aus viele sagen sie schweigen Nee dann ist es unter Verschiedenis täte den Drachen Balimund Amrin finde ich im Schrein 60 im Lager Ah kann es sein dass das auch eine dazugehörende Quest ist ähm hab ich die nun aktiviert oder nicht bitte anzeigen Lager stille Mondes stehender Strom ok dann kann ich hier ja wieder rausgehen wenn wenn ich den Ausgang jawohl hier wenn ich den Ausgang finde ja ja und in meinem Haus war ich auch nicht ich muss da noch die neuen Einrichtungsgegenstände begutachten da gehe ich vielleicht noch zum Schmied vielleicht hat er noch ein bisschen Stahlbarren auf Lager da könnte ich noch ein bisschen was aus Stahl schmieden für Stahl brauche ich ja kein Leder ich hätte das Leder behalten sollen aber naja nun ist es bereits zu spät so mal schauen wie es nun aussieht hier hat sich nichts getan doch der Kochtopf war vorhin nicht und da diese verrottete Kissen stehen immer noch da da ist das Alchemielabor da könnte ich Alchemiezeug reintun oben sieht es nun wie aus hier ist die Rüstung da ist noch nichts ganze vier Gold sonstiges drachenknochen ablegen wieso nur eine Drachenschuppe was soll der Scheiss okay ja ach ich hätte noch nach Kohle fragen können aber habt ihr euch schon als seltener versucht habt ihr euch schon als seltener versucht ihr seid jemand der für Erdichtnisse sorgt das gefällt mir Moment mal ich möchte mal was ausprobieren denn eigentlich solltet ihr ja das Zeug ich wette ihr habt einige wir haben einen hübschen kleinen Gewinn gemacht hier das ist euer hier so dann einmal kochen morgen koche ich euch wieder etwas oh etwas hiervon etwas davon dann hier ne zuerst speichern für manche ist es ramsch für mich sind es Schätze Zaubertränke ok 41 ok nun warte ich hier mal 24 Stunden ganz kurz wahrscheinlich werde ich eh wieder lernen aber mich würde jetzt interessieren ob ich das Gold zurückkriege was ich da bei ihr verschleudert habe denn ich habe mehrere hundert Gold da verbraucht und theoretisch sollte ich halt hallo Schatz wir haben einen hübschen kleinen Gewinn gemacht hier das ist euer Anteil mein Herzblatt nun ist aber mein Problem dass das nicht sein kann denn ich habe 300 Gold wenn ich 400 für so viel Gold Ware gekauft und bekomme nur hundert ich denke wenn man nicht die ganze Kohle bekommt dann wenigstens die Hälfte ich habe hier einige gute Stücke wenn ihr etwas sucht drinnen gibt es noch mehr ja ja ich sage nicht dass ich der beste verkaufen dann blick darauf sonstiges ja die Eisenbahn nehme ich die Lederstreifen nehme ich und ein Leder Kohle Eisenherz Korn ja ja nehme hier mal 4 dann gehe ich mal Eisen ja 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 okay hier noch dann Eisen also Zweihänder okay dann gehe ich mal zur Werkbank dann brauche ich nochmal vier von deinem Barren vier Barren bräuchte ich noch Rutzendeisen Eisenpanzerhandschuhe Eisenschwert Eisendolch einen Stahldolch einen Stahldolch Eisendolch machen wir noch dann brauche ich vier von deinen Kurundum Barren die besten Waffen und Rüstungen interessieren mich nicht wollt ihr euch schützen oder schaden weder nachher brauchen vier von deinen drei hat die bloß Waffen Eisendolch Eisendolch Kriegsachs okay vergesst nicht auf drinnen reinzuschauen falls ihr etwas ne ne das vergesse ich schon nicht dann hier dann hier okay haben wir sonst noch was? ne da gibt es nichts mehr zu verbessern schleifen was können wir da noch? verredelter Mondstein hey ganz im Gegenteil ich möchte verkaufen Bekleidung fein, 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 fein den Stahlhelm kann ich auch weg ähm kann es sein, dass ich Verlust gemacht habe sonstiges ähm Mondstein Erd also gut ich glaube ich habe da ein bisschen Verlust gemacht wir haben kleine und große wollt ihr euch schützen oder schaden austeilen weder noch ich möchte das Bebänder teils er ist so fein 500 ich glaube ich hätte sie hier verkaufen sollen naja das war ein Reinfall das war ein Reinfall verkaufen Rüstungen Friedelter wo war denn das Erz Klecksilberleder ach die die gehören zusammen es ist ja witzig dass die das gleiche Inventar haben können für einen verredelten Mondstein herzustellen reicht ich habe hier einige gute Stücke wenn ihr etwas sucht drinnen gibt es noch mehr aber Moment mal ne das lad ich mal das lade ich mal hier noch hier komme ich aus meinem Haus und habe wie viel Kohle 1300 das würde umgerechnet heissen ich habe 500 500 Goldstücke verloren verkaufen ok hätte gerne hier sonstiges das Mondsteinerz was kannst du mir geben wir haben kleine und grob wirft einen Blick darauf hast du auch noch so ein Erz gib mir doch gerade den ganzen Mondstein die Kohle hier geht in Ordnung das ist mir halt hier einige gute Stücke nee da weg eine enorme Wertsteigerung erzielen wir da durch hoch